Hey Leute, wie ihr seht hier, das ist der Channel der Beatbox-Rap-Community. Ich möchte euch eine Änderung zeigen, die hier für die Zukunft des Channels vielleicht eine Lösung wäre. Es ist so, dass wir die nächste Zeit natürlich ein paar Videos hochladen werden, nach und nach. Mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Und wir möchten euch natürlich auch ein paar interessante Sachen liefern, wie ich, KP, Alex oder natürlich auch andere Leute hier, andere Beatboxer, andere Rapper, andere Sänger und was weiß ich. Und dann seht ihr natürlich, wie gesagt, immer hier die neuesten Videos oder wie ihr sie eben sortiert habt. Jetzt wieder im alten YouTube-Design, wir werden mal gucken, ob wir das wieder umstellen. Und dann haben wir jetzt auch die Playlists, die vielleicht eine Lösung wären, um die ganzen Videos zu sortieren. Wir haben hier eben die Teamstick-Tutorials, da wird das Musik-Bot-Zeug erklärt. Wir haben hier Gesang-Instrumental-Videos, YouTube-Station werden mit dem Beatbox getrennt und so weiter. Es ist zwar nicht die beste Reihenfolge, weil alles, wie gesagt, hier noch im Aufbau ist, auch vom YouTube-Channel, auch von der Community. Aber das ist eigentlich mal eine sehr gute Lösung, um die Videos zu sortieren. Wir werden einfach mal schauen, ihr könnt auch gerne uns in Facebook, wie auch hier in YouTube oder auch im Teamstick auch mal Vorschläge geben, wie, was wir alles für den Channel machen können, wie wir es für den Channel machen können. Das ist, wie gesagt, erstmal die eine Änderung mit den Playlisten, damit ihr alle wisst, dass es das hier wirklich auch gibt. Und dass der Channel hier erst auch mal wieder alt aussieht, zumindest im alten YouTube-Design. Und ja, viel Spaß beim Rumstöbern, viel Spaß beim Videos anschauen. Und nochmal Dankeschön für das, dass wir hier Partner sind.